Die neue Form des Heizens ist Realität geworden. Die Pelletsheizung von New Energy ist da. Innovative Technik, komfortabel, umweltfreundlich und sparsam im Betrieb. New Energy Pelletsheizungen, der Stand der Technik. Das Vakuum-Pelletstransportsystem von New Energy. Die in der Pelletsanlage integrierte Saugturbine erzeugt einen Luftstrom, mit dem die Pellets aus dem Lagerraum in den Vorratsbehälter der Pelletsanlage befördert werden. Dieses System garantiert einen störungsfreien und schonenden Pelletstransport. Trotz Normierung gibt es bei den Pellets Schwankungen in der Länge, der Restfeuchtigkeit und des Staubanteils. Mit unserem bei Pelletsheizungen einzigartigen Verbrennungssystem können wir diese Schwankungen perfekt ausgleichen. Das heißt, die New Energy Pelletsanlage kann sich auf unterschiedliche Pellets selbsttätig einstellen. Ähnlich wie beim Motormanagement eines modernen Autos, regeln wir die Verbrennung mit ausgefeilter Steuer- und Regeltechnik. Durch den Einsatz von Lambda-Sonde und Luftmassensensoren erzielen wir bisher unerreichte Ergebnisse bei der Verbrennung. Dieses System hat einen Namen. DCC. Dual Combustion Control. Ein Markenzeichen von New Energy. Unser Brennsystem besitzt eine enorme Bandbreite und ermöglicht einen modulierenden Betrieb. Während der Heizperiode schwanken die Außentemperaturen zwischen plus 15 Grad Celsius und minus 18 Grad Celsius oder kälter. Während herkömmliche Pelletsheizungen sich an eine bestimmte Außentemperatur nur durch häufiges Ein- und Ausschalten oder mit wenigen festen Leistungsstufen anpassen können, entfaltet die New Energy Pelletsheizung ihre Leistung völlig stufenlos. Dies verringert die Anzahl der Startvorgänge, erhöht den Wirkungsgrad, reduziert den Stromverbrauch und sorgt für lange Lebensdauer. Mit unserer intelligenten Verbrennungstechnologie DCC erreichen wir sehr hohe Wirkungsgrade, vor allem im Teillastbetrieb. Jener Betriebsart, die am häufigsten vorkommt. Durch die optimale Nutzung der in den Pellets enthaltenen Energie ergibt sich eine merkbare Heizkostenersparnis. Mit unserer Heizanlage sparen Sie nicht nur Geld, sondern leisten auch einen Beitrag zum Klimaschutz. Komfort wird bei New Energy großgeschrieben. Größtmöglichen Komfort erreichen wir durch die automatische Reinigung des Wärmetauschers sowie der automatischen Reinigung des Brennsystems. Ein weiterer sehr wichtiger Pluspunkt ist die Tatsache, dass bei unseren Pelletsanlagen eventuell auftretende Verschlackungen automatisch abgereinigt werden. Höchste Betriebssicherheit ist somit gegeben. Die Ascheverdichtung und eine großzügig dimensionierte Aschenlade ermöglichen lange Reinigungsintervalle. Das leicht verständliche Bedienermenü und das LCD-Display der Mikroprozessorregelung unterstützen Sie perfekt bei der Einstellung Ihrer individuellen Heizgewohnheiten. Die Steuerung kann bis zu 16 gemischten Heizkreisen erweitert werden. Die Möglichkeit der Fernbedienung mittels GSM-Handy bzw. die Fernwartung über Internet sind natürlich realisierbar. Das Bedienteil ist abnehmbar und kann als Raumfernversteller genutzt werden. Sie stellen die gewünschten Parameter bequem im Wohnraum ein. Den Rest erledigt Ihre New Energy Pellets Heizanlage von selber. In der Kombination mit Außentemperaturfühler wird somit ein Maximum an Komfort erreicht. Sie sehen, New Energy Pellets Heizungen bieten modernste Technik auf Industriestandard und ermöglichen Ihnen ein Höchstmaß an Sparsamkeit, Komfort und Betriebssicherheit. New Energy – die Heiztechnik der Zukunft. Die unterschiedlichen New Energy Lagerraumentnahmesysteme ermöglichen eine optimale Anpassung an die gegebenen Platzverhältnisse. Durch die Kombination mit unserem Pelletsaugsystem ist die Aufstellung der Anlage frei wählbar. Schneckenaustragung in Kombination mit dem New Energy Saugsystem. Ideal für rechteckige Lagerräume mit einer stirnseitigen Entnahme. Eine fast vollständige Entleerung des Lagerraums ist gewährleistet. Schlauchlängen bis 15 Meter bei gleichzeitigen Höhendifferenzen von 3 Meter sind möglich. Der Pellets Erdtank ist der Platzsparer schlechthin. Bei Neubauten kann durch die Verwendung eines Erdtanks ein Lagerraum im Haus gänzlich eingespart werden. Diese speziell für Pellets konzipierten Erdtanks ermöglichen eine optimale Lagerung der Pellets. Die Rotationsschnecke. Ideal für kleine, quadratische Lagerräume. Die Rotationsschnecke wird erst im letzten Drittel der Pelletsfüllung aus ihrer Halterung automatisch entriegelt und aktiviert. Und transportiert die Pellets zur Saugsonde. Und das ohne den Einbau eines Schrägbodens. Das Rotationsschneckenprinzip bietet höchsten Komfort und maximale Ausnutzung ihres Lagerraumes. Der Sacksilo ist ein fertiger Metallrohrrahmen mit einem eingehängten Gewebesack, speziell für Pellets. Mit einem Sacksilo ersparen Sie sich sämtliche Einbauten beim Lagerraum, wie zum Beispiel den Schrägboden und die Druckentlastung der Eingangstüre. Die New Energy Saugaustragung mittels Saugsonde zeichnet sich durch hohe Flexibilität und günstigen Preis aus. Die durch reines Vakuum transportierten Pellets werden besonders schonend in den Zwischenbehälter befördert. Es können mehrere Absaugpunkte montiert und mit einer Umschalteinheit kombiniert werden. Die Aufstellung der Heizung ist frei wählbar.